Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zur Ersteindrucks-Review von One Piece Kapitel 1085, Der Tod von Nefeltari Cobra. Nach so vielen Hype-Kapiteln sollte man doch eigentlich meinen, One Piece wird jetzt erst einmal ruhiger, aber oder belehrt uns wieder einmal des Besseren. Auch dieses Kapitel ist ein Hype-Kapitel mit vielen Antworten auf Fragen, die wir uns seit Jahren gestellt haben und jede Menge Enthüllungen. Doch beginnen wir kurz mit der Cover-Page, ein weiterer Leserwunsch, der an Oda gerichtet wurde. Wir sehen Frankie am Strand sitzen, er ist sehr gerührt, er weint, hält ein Schild in den Händen und geleitet Babyschildkröten ins Meer. Mehr können wir über diese Cover-Page natürlich nicht sagen, denn sie ist nicht Kanon, weshalb wir jetzt in das eigentliche Kapitel springen und das beginnt genau dort, wo Kapitel 1084 geendet ist und zwar mit der Reaktion von Cobra darauf, dass Imusama erschienen ist und Platz genommen hat auf dem leeren Thron. Und Cobra stellt gleich mal hier fest, das sollte hier eigentlich nicht passieren. Er glaubt hier vielleicht teilweise zu träumen, denn das würde ja bedeuten, dass die ganze Welt sich nur nach dem Willen einer Person trägt und das sollte einfach nicht so sein. Keiner sollte erlaubt sein, auf dem leeren Thron zu sitzen. Daher ist auch die erste Frage von Cobra, wer zur Hölle bist du denn eigentlich? Aber auf diese Frage bekommt er keine Antwort. Er überlegt, im letzten Kapitel hat er ja noch den Namen Imo gehört, ob er den schon einmal gehört hat und ja, tatsächlich hat er den schon mal gehört und zwar damals bei der Gründung der Weltregierung unter den 20 Königsfamilien. Das zerstört natürlich schon einige Theorien, wenn es immer noch derselbe Imo ist von damals, dann könnte natürlich auch Nefeltari Lili nicht Imo sein und natürlich auch nicht Rox, die Sir Beck. Aber warten wir das Ganze erst einmal ab, wie das zu verstehen ist und ob Imo immer noch derselbe Imo von vor 800 Jahren ist. Allerdings braucht hier Nefeltari Cobra nicht weiter zu überlegen, denn jetzt wird er unterbrochen von Imo. Und dieser spricht zum allerersten Mal vollständige Sätze und nicht nur ein Wort und sagt, du brauchst gar nicht weiter nachschnüffeln, denn du bekommst hier sowieso keine Antworten. Aber ich möchte zwei Dinge mit dir diskutieren und dir eine Frage stellen. Und die Sprechweise von Imo, die ist ein bisschen besonders. Er redet nämlich von sich selbst in der dritten Person. Er bezeichnet sich allerdings nicht als Imo, sondern nur als Mu. Und die erste Sache, die er diskutieren möchte oder mehr oder weniger aufklären möchte, ist nämlich die Antwort auf die Fragen, die Cobra gestellt hat zum Clan der D. Nein, Leute, freut euch nicht zu früh. Wir bekommen hier nicht die Antwort, was der Clan der D. ganz genau ist und was es zu bedeuten hat, aber was der Clan der D. damals vor 800 Jahren gewesen ist. Nämlich, ja, der Feind der damaligen 20 Königsfamilien. Okay, diese Enttüllung ist jetzt nicht gerade krass, das haben wir uns sowieso schon alle gedacht. Aber wir bekommen noch ein paar weitere Informationen, dass es in den letzten Jahrhunderten immer wieder zu Vorfällen mit Mitgliedern dieses Clans der D. gekommen ist. Aber das ist völlig unbedeutend. Das würde auch bedeuten, der Angriff der Strohutbande auf Enis Lobby, wo Ruffy den Krieg erklärt hat, die ganzen Bemühungen von Monkey D. Dragon, Marshall D. Teach, das ist alles ein Witz gegen den Clan der D., der damals gegen Imu gekämpft hat. Und er sagt es hier auch nochmal, die heutigen D. Mitglieder, die sind quasi nur noch eine leere Hülle oder ein Schatten ihrer selbst von den damaligen und sie haben versagt, weil sie nicht einmal wissen, was ihr Name zu bedeuten hat. Wow, was für eine krasse Szene. Also klar, wir erfahren hier nicht wirklich viel Neues, aber wir erfahren hier, wie wichtig dieser Clan der D. ist und bekommen das noch einmal hier ganz genau von Ishiro Oda durch den Mund von Imu erklärt. Das Zweite, was Imu hier besprechen möchte mit König Cobra, ist ein großer Fehler und der hat mit Nefeltari Lili zu tun. Und zwar vor 800 Jahren hat sie ein Missgeschick begangen, zumindest ist das die offizielle Variante und dadurch sind Informationen preisgegeben worden. Gelehrte untersuchen das leere Jahrhundert, studieren das und die Piraten sind auf der Suche nach den Pornoglyphen und das liegt nur daran, dass Nefeltari Lili damals einen Fehler gemacht hat. Wobei Imu sogar glaubt, dass das kein Fehler war, sondern pure Absicht. Und das ist eine richtig coole Information, weil jetzt ergibt das alles einen Sinn. Zum einen, natürlich, Lili ist nicht Imu, sondern war damals eine Feindin von Imu und ich glaube mittlerweile, dass Lili jetzt quasi so eine Doppelagentin innerhalb der Weltregierung war und eigentlich eine Verbündete von Joyboy. Das erklärt nämlich auch, warum Alabasta ein Pornoglyph bekommen hat und den späteren Brief, den wir teilweise zitiert bekommen von Cobra, werde ich später natürlich noch drauf eingehen und das würde nämlich auch erklären, was jetzt folgt. Denn jetzt kommt die Frage von Imu an König Cobra. Er spricht nämlich die ganze Zeit von Königin Lili, der Nefeltari-Familie, aber wer hat diesen Brief tatsächlich unterschrieben? Und hier denkt Cobra erst einmal ein bisschen nach und die Situation verschärft sich jetzt hier, denn die Gorosei ziehen jetzt hier ihre Waffen. Vier von ihnen haben Pistolen, unter anderem Jay Garcia Saturn. Sollte der also im Ackett Island Ark noch interessant werden, wird er vielleicht auch mit einer Pistole kämpfen. Außer natürlich der eine Gorosei, der ein Schwert hat, wo wir alle denken, das könnte das Kitetsuo der ersten Generation sein. Er zieht natürlich dieses Schwert und richten natürlich ihre Waffen auf König Cobra. Und der hat natürlich verstanden, hier komme ich nicht lebend heraus. Aber er fragt jetzt auch noch mal nach, bevor er die Antwort auf den Absender dieses Briefes gibt und sagt, naja, wenn ich jetzt hier mir eine Lüge ausdenken würde, würde ich da noch mal davon kommen. Aber die Gorosei klären ihnen direkt auf, nein, an dem Punkt, wo du Imu gesehen hast, war dein Schicksal besiegelt. Aber ich finde es interessant, dass hier eben Cobra darüber nachdenkt, eine Lüge zu fabrizieren. Und im Grunde hat er an diesem Punkt auch gar nichts mehr zu verlieren. Warum sollte er jetzt der Weltregierung Informationen zuspielen? Aber ich glaube nicht, dass er gelogen hat, denn jetzt offenbart er den wahren Namen von Nefeltari Lili. Und zwar ist dieser Nefeltari die Lili. Und das bedeutet natürlich, ja, Vivi ist ebenfalls vom Clan der D. Cobra ist vom Clan der D. Sofern er natürlich nicht gelogen hat. Aber wie ich schon sagte, ich glaube nicht, dass er gelogen hat. Und das bedeutet natürlich auch, dass es mehr Sinn macht, dass Lili damals vielleicht eine Verräterin war, eingeschleust wurde in der Weltregierung, also nach außen hin gegen Joy Boy gekämpft hat, aber insgeheim doch seine Verbündete war. Denn ich kann mir schlecht vorstellen, dass damals unter den 20 Gründerfamilien der Weltregierung eine Familie mit Bezug zum Clan der D geduldet wurde. Natürlich kann man heutzutage sagen, ein Monkey, die gab, ein Jaguar, die Saul, die wurden in der Marine geduldet. Aber hier passt natürlich auch die Aussage von Imu, dass diese ja nur noch ein Schatten ihrer selbst sind und nicht so gefährlich wie die D-Mitglieder damals vor 800 Jahren, während dem leeren Jahrhundert. Da die ja auch gar nicht mehr wissen, was ihr Name bedeutet. Aber ein bisschen Sorgen macht man sich schon um den einen oder anderen Charakter. Ruffy und Blackbeards Steckbrief waren ja bei Imu und in Schnipsel zerschnitten. Er hatte ein Bild von Vivi, die ja jetzt auch ein Clan der D-Mitglied ist. Und er hatte ein Bild von Shirahoshi. Und hier wird es interessant. Könnte auch Shirahoshi vom Clan der D sein, also ihre ganze Familie rund um Neptun. Das würde ja auch wieder hier zusammenpassen, dass dort natürlich auch diese antiken Waffen versteckt sind. Na klar, auf Alabaster ist keine versteckt, sondern sie weist nur darauf hin, wo eine versteckt ist. Und ich habe ja weiterhin die Theorie, übrigens hatte ich das auch bei Vivi gehabt, dass sie ein D-Mitglied sein könnte, dass auch der Kozuki-Clan vom Clan der D sein könnte, weil sie ja immerhin die Bluton beherbergen und natürlich auch die Pornoglyphe angefertigt haben und natürlich auch die Sprache weiterverlernen. Zumindest war das so bis zu Kozuki Oden. Doch kommen wir nun zurück zur Geschichte und in dem Moment, wo Imu das D hört in Lillys Namen, ja, da scheint er wütend zu sein und Cobra wird angegriffen von einem schwarzen Pfeil. Gut, vielleicht ist das auch gar kein Pfeil, sondern eine Art Schwanz, wie man das ja von Teufeln her kennt. Jedenfalls wird hier Cobra niedergestochen und die ganze Szenerie wird beobachtet von Sabo. Der hatte sich die ganze Zeit hinter einer Säule versteckt und hat auch noch nicht so ganz realisiert, was da gerade abgeht. Warum sitzt da einer auf dem leeren Thron? Aber er kann natürlich Cobra nicht sterben lassen, deswegen versucht er jetzt hier zu interagieren und greift Imusama an mit einem Feuerfaustangriff. Der scheint aber gar keine Wirkung zu haben und hier, das ist alles so ein bisschen schwer zu erkennen im Kapitel. Da muss man ganz genau hinschauen, denn Imusama hat sich hier scheinbar verwandelt. Wir sehen aber halt nur eine riesige Silhouette mit einem riesigen Maul und scharfen Zähnen und er hat scheinbar, ja, diese Attacke von eben Sabo gefressen. Und im nächsten Moment greifen jetzt natürlich die Gorosei den Sabo an und die haben sich ebenfalls verwandelt und wir sehen es ebenfalls nur als Silhouette und hier können wir natürlich spekulieren, sind das alles Soan-Nutzer, sind das mystische Soan-Nutzer? Ich gehe mal stark davon aus, denn diese Wesen, die wir hier sehen, die sehen schon ziemlich speziell aus. Aber ich möchte mal auf eine Sache hinweisen. Wir haben immer gesagt bekommen, die mystischen Soan-Teufelskräfte sind seltener als die Logia-Kräfte und wenn wir jetzt hier sechs Stück an der Zahl bekommen, dann hätten wir mehr mystische Soan-Teufelsrüchte als Logia-Früchte. Heißt also, wir bekommen in Zukunft vielleicht sogar noch ein paar Logia-Kräfte serviert, damit sich das Ganze wieder so ein bisschen ausgleicht. Aber schauen wir uns mal die Silhouetten der Gorosei an. Einer sieht ein bisschen aus wie ein Elefant, der hat einen riesigen Stoßzahn. Einer, der könnte auch gut Kaido sein, hat so Hörner bekommen. Höchstwahrscheinlich ist er so eine Art Dämon, ein Oni. Vielleicht kommt von ihm auch dieser schwarze Pfeil, der dann der Schwanz von dieser Kreatur ist. Einer sieht aus wie ein Vogel. Kann man jetzt auch nicht so genau erkennen, was das für ein Vogel ist, aber schon ziemlich interessant. Einer sieht einfach nur aus wie ein riesiger Blob. Und ein anderer wie eine große Eidechse, würde ich sagen. Der hält sich hier auch an den Wänden so ein bisschen fest. Und das kennt man ja eigentlich eher so von Eidechsen. Müsst ihr euch mal ganz genau anschauen im Kapitel. Sehr interessant. Ja, und die kämpfen jetzt erst mal gegen Sabo. Und der, ja, der sieht schon, dass das hier alles ein bisschen aussichtslos ist. Also versucht er das Beste. Er schnappt sich Cobra und möchte entkommen. Und währenddessen haben die beiden natürlich auch ein Gespräch. Zum einen, warum sollte ein Revolutionär hier Cobra retten? Und Sabo klärt es im Grunde nochmal auf. Er stellt es nochmal klar. Wir sind nicht gegen die Könige per se, sondern über die, die da drüber stehen. Nämlich gegen die Himmelstrachenmenschen, gegen die Gorosei, gegen die Weltregierung. An dieser Stelle hat aber Cobra schon mit seinem Leben abgeschlossen. Er erkennt auch Sabo als älteren Bruder von Ruffy und sagt, du musst mir eine Bitte erfüllen. Und zwar musst du Ruffy und auch meiner Tochter Vivi folgendes ausrichten. Wir sind ebenfalls vom Clan der D. Das ist so wichtig für Cobra, dass Sabo unbedingt überleben muss. Und da sie ja weiterhin angegriffen werden von den Gorosei von Imu auch. Beide werden hier auch nochmal getroffen von diesem schwarzen Pfeil. Wer auch immer den abgefeuert hat, könnte jeder von diesen sechs Personen gewesen sein. Er fängt nämlich Cobra hier auch noch an, den Brief von Lili zu rezertieren. Das heißt, irgendwo muss dieser Brief noch existieren. Er wird ihn hoffentlich nicht dabei haben. Und wir hören die ersten Worte in diesem Brief. Und zwar beschützt die Porno Klüfen. Was natürlich auch wieder eben zu diesem Verrat von Lili passt, den natürlich auch Imusama schon vermutet hat. Dann wird der Rest des Briefs so ein bisschen unterdrückt. Denn hier fängt einer der Gorosei an zu brüllen in seiner Bestienform. Jetzt bezeichne ich das einfach mal so. Und wir hören noch einmal die letzten Worte in diesem Brief. Und zwar hisst die Flaggen für den Dawn of the World. Also den Anbruch der Welt. Und das heißt natürlich auch wieder hier einen direkten Bezug, den wir sehr häufig haben in One Piece, das Dawn. Und es wird dadurch noch einmal wahrscheinlicher, dass das die für Dawn steht. Danach zitiert er auch nochmal die Unterschrift dieses Briefes, nämlich Neffeltari, die Lili. Und dass er jetzt auf Sabo zählt, diese Information weiterzutragen an Vivi, an Ruffy. Und damit können wir auch ausschließen, dass Vivi aktuell schon darüber Bescheid weiß, sich aber jetzt hier unbedingt mit Sabo treffen muss. Und das könnte ja eventuell auch bedeuten, wenn Sabo sich nicht mit Ruffy trifft, dass er sich erst einmal mit Vivi trifft. Und Vivi trifft sich dann später mit Ruffy und klärt Ruffy darüber auf. Das könnte eine super interessante Story-Entwicklung sein. Und dann könnten wir wirklich wieder darüber überlegen, ob Vivi wieder ein Teil der Strohbande wird. Weil sie ist ja schon ein offizielles Mitglied der Strohbande, gilt als ausgetreten. Und dann tritt sie halt einfach wieder ein. Klar, sie hat jetzt nicht die größte Stärke, aber das braucht sie inzwischen auch gar nicht mehr bei dieser krassen Kaiser-Crew. Sie braucht aber den Schutz und hat diese wichtige Information, die ich auch sehr wichtig für eben Nico Robin finde. Und natürlich auch Trafalgar Law. So, denn er gehört ja auch zu einer Familie, die das Die in ihrem Namen verheimlicht hat. Und er sucht ja selbst nach der Antwort, was ist der Clan der Die? Ja, und diese ganze Sache ist für Cobra so wichtig, dass er sich jetzt hier für Sabo opfert. Er steht auf, aus seinem Rollstuhl. Den hat er ja eigentlich nur aus Krankheitsgründen eben benutzt. Und ja, wehrt diese Attacke von Imo ab. Dabei stirbt er natürlich. Wir sehen dann eben auch diese Szenerie, wo wir Sabo vor dem hingefallenen Rollstuhl sehen und dem toten Nefeltari Cobra. Da wird dann das Bild auch gemacht, was später in der Zeitung erscheint. Und diese ganze Szene hat noch einen Charakter mitbekommen, und zwar Warpol. Der hat da einfach durch ein Loch in der Wand geschaut, ob er das selber angefertigt hat oder nicht. Und der kann auch nicht so ganz glauben, was er da gerade gesehen hat. Und er wird bemerkt. Von wem genau kann man hier nicht so ganz erkennen? Also von den Gorosei mit Sicherheit. Vielleicht auch von Imo. Und der ist jetzt vollkommen in Panik, weil er kann nicht glauben, was er da gesehen hat. Er ist sich aber ziemlich sicher, was er da gesehen hat. Hat auch sein Schicksal besiegelt, dass er getötet wird. Und er rennt jetzt einfach weg. Haut einfach ab. Und wir gehen erst einmal zurück dann zur Riverie. Da gibt es dann die Information, dass Warpol nicht mehr zurückkehren wird und auch König Cobra nicht. Und die Könige schmunzeln so ein bisschen, machen sich drüber lustig und sagen, okay, die waren vielleicht ein bisschen zufrieden damit, dass das Shichibukai-System abgeschafft wurde. Und sie wollen aber noch etwas weiteres Wichtiges diskutieren. Und zwar vier Länder, die sich unabhängig gemacht haben, eine Allianz gegründet haben. Und diese vier Länder stammen alle aus dem North Blue. Ob diese zu den Ländern gehört, was auch die Revolutionsarmee erwähnt hatte, diese Königreiche, die sich abgespalten hat von der Weltregierung und jetzt gegen die Weltregierung ist, kann man nicht so genau erkennen. Vielleicht sind das auch noch mal zusätzliche vier Länder. Als nächstes sehen wir die Prinzen des Ryuko-Königreichs, also der Fischmenscheninsel und Shiraoshi. Die Prinzen schlagen vor, sie sollten eigentlich besser am Redport warten. San Charlo scheint hier kein Thema mehr zu sein, aber Shiraoshi ist ja die ganze Zeit hier in Gefahr gewesen. Shiraoshi möchte aber noch bleiben, denn sie möchte mehr mit Vivi sprechen. Über was genau, sagt sie uns hier nicht. Kann auch einfach nur über Ruffy sein. Darüber haben sie sich ja sehr gerne unterhalten, auch Rebecca, die wir hier in dem ganzen Kapitel gar nicht mehr sehen. Was ist eigentlich aus Rebecca geworden? Denn die Reverie scheint ja noch in Gang zu sein. Das heißt, King Rico Doldo sollte ja dann noch dort sein und sich mit den anderen unterhalten. Heißt also, Rebecca wird ja noch nicht weggefahren sein. Aber kommen wir nun zu Neffeltari, die Vivi. Und ich sage das jetzt sehr gerne dazu, dass sie vom Clan der Di ist. Sie hat aber gerade ein paar Probleme, denn sie ist im Raum der Cypherpole AEG Zero und zwar gefesselt. Und deswegen fragt sie jetzt hier auch, was habt ihr mit mir vor? Entfesselt mich. Wer hat euch den Befehl dazu erteilt? Aber die machen sich nur so ein bisschen über sie lustig und sagen, ja, das wirst du alles schon noch sehen. Und im Grunde wirst du auch hier gar nicht mehr freikommen. Es kann nämlich im besten Fall passieren, dass du sogar das Haustier von irgendjemandem wirst. Und ich denke, hier wurden die schon informiert, dass die ganze Sache mit Cobra so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, dass er eventuell etwas gesehen hat, dass er nicht mehr lebend zurückkommt. Ich gehe mal stark davon aus, die Cypherpole Zero wurde hier nicht informiert, dass Imusama existiert und Cobra den gesehen hat und deswegen nicht mehr wegkommt. Aber sie wollten sich schon mal rückversichern lassen, indem sie Vivi hier kidnappen. An dieser Stelle bekommen wir dann auch zwei neue Cypherpole AEG Zero-Agenten offiziell vorgestellt, nämlich Khalifa und Jabra, die auch hier mit Vivi sich unterhalten. Und da wir ja auch die anderen Cypherpole-9-Agenten dort sehen, gehe ich auch stark davon aus, dass die ebenfalls jetzt offiziell bei der Cypherpole AEG Zero sind. Ja, und Khalifa klärt sie jetzt hier noch ein bisschen auf und sagt, du wirst als vermisste Person gelten. Und das ist ja die offizielle Variante, dass Vivi vermisst wird, Zeit der Riverie. Und niemand wird kommen, um sie zu retten. Und das Einzige, was Vivi gerade beschäftigt ist, geht es denn überhaupt Shiroshi gut? Und davon sind die Cypherpole-Agenten, vor allem Jabra, ein bisschen beeindruckt, dass sie sich in ihrer Situation noch Sorgen um andere macht. Und sie wird so ein bisschen informiert darüber, was eben auf der Riverie passiert ist. Die ganze Sache mit Sai und Leo, dass sie San-Charlos angegriffen haben, dass sie sich rausgestellt hat, dass sie eigentlich Piraten sind, die unter der Strohhutflagge segeln. Aber es ist noch ein bisschen mehr passiert und zwar die beiden Admirele. Fujitora und Ryokyu haben eine Meinungsverschiedenheit, denn Fujitora hat es zugelassen, dass die Sklaven entkommen konnten und das hat einem Ryokyu, einem Green Bull, so wütend gemacht, dass die beiden auch gegeneinander gekämpft haben. Also man kann das auch hier sehen. Nicht, dass sie wirklich kämpfen, aber dass sie gegenüberstehen und sich jetzt gleich an den Kragen gehen werden, wegen dieser Sache. Und wir wissen ja, Green Bull ist so ein richtiger Hardliner für die Tenryu B2. Und will natürlich dafür sorgen, dass die ihre Sklaven behalten. Wenn euch die Haustier-Aussage von Khalifa gegenüber von Vivi auch so sauer aufgestoßen ist, so wie mir, hat mir gar nicht gefallen. Ich habe mir da schon gedacht, irgendjemand wird höchstwahrscheinlich ein Tenryu B2 sein. Und das will ich bei Vivi definitiv nicht sehen. Und Vivi will das auch nicht sehen. Sie überlegt hier kurz, irgendjemand das Haustier werden. Ne, das ist nicht so ihr Ding. Aber sie hat Glück im Unglück, denn in diesem Moment kommt Warpol in den Raum. Aber nicht durch die Tür. Er frisst sich einfach durch die Wände mit seiner Teufelsfrucht und ist immer noch komplett in Panik und sagt, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich habe hier gar nichts gesehen. Vivi nutzt die Chance, dass die Cypher-Puller AG Zero abgelenkt ist durch das plötzliche Auftauchen von Warpol und flieht mit ihm. Sie ist quasi aufgesprungen. Wie sie das genau geschafft hat, weil sie war in dem Moment eigentlich noch an den Stuhl gefesselt, kann ich nicht sagen. Vielleicht hat sie so ein paar Tricks gelernt und hat sich selbst befreit und es sah nur noch so aus, als wäre sie gefesselt gewesen. Jedenfalls ist Warpol jetzt weiterhin auf der panischen Flucht. Vivi auf seinem Rücken und fragt, wo willst du denn überhaupt hin, Warpol? Und er sagt nur, weg, weit weg, bis ans Ende der Welt, wo sie mich niemals finden werden. Und er stößt so ein bisschen durch die Riverie. Alle sind so geschockt, dass er auf einmal auftaucht. Vor allem seine Frau Kinderella. Und die denkt nämlich, dass Warpol nicht auf der Flucht ist vor Imo-Sama, da sie ja gar nichts davon weiß, sondern sie sieht nur das junge Mädchen an seiner Seite, nämlich Vivi, und denkt, die beiden wollen durchbrennen. Und in dem Moment, ja, fliehen sie von der Riverie aus Mary Joa. Ich weiß jetzt nicht, ob es an den nächsten Kapiteln dann auch so direkt weitergeht, wo man dann sieht, dass Big News morgens auftaucht und die beiden dann aufnimmt, wo wir sie ja zuletzt gesehen haben. Denn aktuell sind sie ja mehr oder weniger sicher. Aber sie brauchen natürlich einen Ort, wo sie sein könnten. Und hier könnte natürlich das Ganze mit einspielen, dass sie zur Revolutionsarmee gebracht werden. Da wäre Sabo und der könnte Vivi zumindest darüber aufklären, dass ihr wahrer Name Nefeltari die Vivi ist. Und Vivi könnte dann den Weg wieder zu Ruffy finden. Gefällt mir alles. Sehr, sehr gut, was in diesem Kapitel passiert ist. Aber ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn an diesem Kapitel Schluss ist mit der Riverie und wir im nächsten Kapitel dann wirklich dann zurückkommen nach Egghead Island. Denn wir wollen ja alle sehen, wie es da weitergeht. Wir hatten jetzt so viele Kapitel, wo weder die Strohbande und nicht mal Ruffy als Protagonist aufgetaucht ist. Es kann nicht mehr lange dauern, bis es soweit ist. Nächste Woche könnte es schon soweit sein. Wir haben nämlich keine Pause in One Piece. Oder sei Dank, denn One Piece ist gerade sowas von spannend. Da will man sofort wissen, wie es weitergeht. Mir geht es nämlich so und ich hoffe, euch geht es ganz genauso. Schreibt mir doch mal eure Meinung zu diesem Kapitel unten in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One Piece Ersteindruck Reviews und natürlich viel mehr One Piece Content. Wie zum Beispiel die Analyse zu diesem Kapitel nach dem offiziellen Release am Sonntagabend. Ich hoffe, ihr seid auch da wieder mit dabei, wo wir dann direkt auch auf die Texte eingehen und etwas, was sich vielleicht nochmal geändert hat zum Vergleich zur Fan-Übersetzung. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören. Bleibt gesund, bleibt am Leben, bleibt unbedingt One Piece gewogen und bleibt auch mir gewogen. Ade!